Ah, meine Lieblingsguirriera! Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird dein Mitglied vom Team Juan einziehen und ihr Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Gerier-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Also Juan, warum vertraust du mir deine Kreationen an? Du kennst mich doch kaum, Asere. Ein meisterhaftes Instrument muss von einem Virtuosen gespielt werden. Ich weiß, wie du spielst, Dani. Du bist wie Paganini auf Speed. Du hast Talent. Gracias. Aber ich hätte lieber das Talent zur Flucht von dieser Insel. Sobald du wieder in Sanctuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleib erstmal. Inspiriert. Befreien wir, Yara! Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution für Ein- und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrero, El Tigre, wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, dich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Vivirro Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fohlen Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt diesen vergifteten Vivirro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Fili Bar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Vivirro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen? Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich es nicht ernst. Mit dir. Kriegen sie meine beste Guerriera ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Chefa. Ja, ja. Ich bin nicht Clara, das beste Guerriera. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetze es, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie Vara Yarana. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine weise, Dani. Arm. Aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriera. Ja. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Dein Geheimnis ist bei mir. Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort? Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort? Ich bin Dani. Bist du Fili? Ich bin Dani. No, 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 no. Hier ist kein Filet. Wow, was hast du auf dem Rücken? Wo kann ich ihn finden? Cerveza. Also, wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht Bescheid gesagt? Clara, Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Clara's Heldin, ne? Ich bin keine Heldin. Entschuldigung, es hat geklappt. Geklappt! Fili's Magie, Baby. Du willst, dass wir Libertad helfen? Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Super. Bring mich zu ihm. No, 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 no. Schritt eins. Fili muss dich lieben. Schritt zwei. Die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die. Entschuldigung, komm schön mit, Junge. Li Spada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. Li Spada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh, oh, oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ein komischer Kotz.